Ahhhhh! Ahhhhh! Hallo! Hi! Und herzlich willkommen auf Deine Malz! Mhhhhh! Ne, macht das nicht! Doch! Hallo! It's me! Endlich Wochenende! Wochenende! Und wir kriegen gleich Besuch! Ja, der Sebi kommt! Der wollte sich hier durch die Wohnung angucken, die hat er noch nicht gesehen. Und Romina kommt heute wahrscheinlich auch. Und Lina auch. Also volles Haus. Ich hab Bock Mario Kart zu spielen. Ich spiel gerade. Ja, können wir nicht gemeinsam auf dem Fernseher spielen? Bitte! Und ich esse eine von Daniels Schokodinger. Das mag er nämlich nicht, wenn ich die esse. Ne, ne, ne. Wie viele gibt's denn im Rennen? Wie viele Menschen? Ich glaube 10. Ich bin Zeta! Hello! Wir haben Besuch bekommen und es ist nicht Oliver Pocher. Nein! Es ist hier weitaus besserer Besuch. Hi! Der Sebi ist da! Ja! Er hat den weiten Weg gemacht, um uns zu besuchen. Dafür müssen wir normalerweise so einen Applaus machen jetzt. So ein... So was zum Beispiel. Bis neue Videos online. Immer um 18.00 Uhr. Bissens da Bescheid. Dürft ihr nicht verpassen. Ich glaube, ich gucke mir auch erstmal jetzt den gestrigen Vlog an. Also von euch aus gesehen gestern. Lina ist jetzt auch hier. Ich dachte, das bleibt unter uns. Wir haben ganze Fahrt besungen, weißt du? Ich dachte mir so... Hat schon teilweise meine Stimme mehr, ey. Hast du das gehört? Die Jungs zocken jetzt Mario Kart. In Ruhe! Und Lina und ich gucken zu. Den Affen im Visier. Immer auf den Affen. Ja! Der Affen hat's getroffen! Ach du warst das? Nee! Ich finde das voll verwirrend. Was denn? Wieso? Falt doch so ein Aal! Was ist denn rum? Wir machen mal nicht auf, ne? Nicht auf. Nee. Keine Zeit! Dein Neid ist mein Stolz. So spalten sich bestimmt nachher die Freundschaften. Jeder geht nach Hause. Komm mir rein, halt Daniel. Ich geh auf. Und du warst mein Freund! Jetzt dachte... Ja! So, Romina hat vor einer halben Stunde gesagt, vor einer Viertelstunde bin ich drin. Ich stehe doch fast! Ich muss nur auf dem Fenster gucken. Scheiße Leute, wir haben gerade so lange gezockt, dass wir das Klingeln von Romina nicht gehört haben. Ey, scheiße, die steht da nicht mehr! Lachen wir nicht? Doch, die hat vor allem eine Minute erst geschrieben. Und die hat gelesen. Oh! Das geht so nicht! Wir haben das nicht gehört! Romina! Ja, das ist Karte drauf! Es tut mir so leid! Wir haben es nicht gehört! Wir haben Mario Kart gezockt! Gibt's eine Bette? Ja! Ja! Oh! Es tut mir so leid! Hallo! Hallo! Ich wäre jetzt gefahren! Weißt du, wie die ganze Zeit so... Wo bleibt die jetzt? So bleibt die ganze Zeit aufs Handy geguckt und dann haben wir gezockt! Ich habe schon Minuten oder so gewartet draußen! Ich bin ja nichts gehört! Ohne Scheiß, gar nicht! Ich habe mich zweimal angerufen, eine Gruppe geschrieben, sechsmal geschellt... Es tut uns leid! Ich war ja vorher noch so... Stell dir mal vor, wer in der Scheiß ist nicht... Du musst es dir vielleicht auch mal die Tür auflassen! Erzähl mich wohl an meine Mutter! An meine Mutter oder an so eine Leere geht! So! Wollt ihr saufen? Wir haben aber die Brille gerutscht! Weißt du was? Wenn die Eltern so angepisst sind, weißt du... Wollt ihr saufen? Nein, die rutscht runter! Ja, genau! Aber die macht so... Wollt ihr saufen? Wenn man das macht, dann ist die Brille runtergerutscht! So Leute, wir sind jetzt beim Edeka! Und trinken... Nein! Und kaufen jetzt was zu trinken! Und es ist kalt! Ja! Ne? Was geht? Ich hab zwölf Braten oder so... Also mir ist eigentlich auch warm, aber mir ist eigentlich kalt! Donut! Schoko Donut für Daniel! Ich hab euch lieb! Ich hab euch lieb! Achso, ich dachte du redest mit der Kamera! Ey, ich führe 3-2 den Semi! Wir haben das mitgebracht! Und shaken! Nein! Das sieht noch verdächtiger aus! Wir müssen den Bomben werfen! Doch! Was ist denn der Scheiß? Oh, er fängt mich! Hä? Nein! Er ist der Böse! Oh, Rina! Oh, Rina! Oh, Rina! Was machst du denn jetzt mal? Los! Ich kann nicht mehr! Was? Oh, Rina! Das ist der Böse-Stream, den ich euch versprochen hatte! Und... Ich gewinne! Da sind die ganzen... Ah! Mann, Rina! Steht mir mega auf den Arschgauen! Und morgen fahren wir shoppen in Oberhausen! Die freuen mich schon! Ich muss Romina noch das Video zeigen... D-A-S-C-O! 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 Sie hat das nämlich noch gar nicht gesehen! Und Romina muss ihr Kostüm noch anprobieren! Und wir müssen jetzt beurteilen, ob es cool ist oder... Aber es ist bestimmt schön warm! Ne, ist geil! Ey, ist geil! Ich muss so Kontaktlinsen tragen! Ich glaube, du hast es falsch rum an, oder? Nein, es geht nur ein! Also, es ist egal wie... Voll durch die Brille! Oh, da ist ein Schwanz! Wo kommt der dran? Ja, wahrscheinlich hinten, oder? Ah, hier! Wie süß! Er kennt keinen Schwein Romina, ey! Zeig mal! Ich muss mal gucken! Voll süß! Ich bin der Schatten der Nacht! Mich erkennt keiner! Und wenn ihr sehen wollt, wie Daniel, Lina und ich aussehen, das verlinke ich euch einmal hier oben. Und dann könnt ihr auch erfahren, wo wir die Kostüme herhaben. Was sagst du? Mega geil! Ist richtig gut! Nachricht an Nina? Hallo, Nina! Hast du gut gemacht! Doch, ist echt cool! Dankeschön! Falls euch das Video gefallen hat, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben! Hier oben gelangt ihr auch noch zusätzlich zu unserem letzten Video und wir sehen uns dann morgen! Bis dann! Tschüss! 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 Ciao.